Ich kann sein, dass die Nerf klar ist. Ah, ich bin da. Ja, dann machen wir mal ready. Ah ne, es ist Ragnus. Ja, dann machen wir mal ready. Ja, dann warten wir 5 Minuten bis dann... ...und dann, äh, wir sind am Beginn, ja. Ja, ich muss kurz für die Game Capture noch enden, dass das richtig captured. Hände hoch. Durch, bei mir funktioniert alles. Ja, bei mir auch. Ich hol mein Katana raus und stech dich ab. Oh, scheiße. Nicht das Spaghetti-Monster. Sollen wir mal direkt anfangen? Äh, kann man machen. Mach nur mal ganz kurz das Game leise, das ist sau-laut. Mach das. Du kannst eigentlich jetzt leiser stellen. So. Einfach lautstärke-mixen. Oder das. Aber lautstärke-mixen ist, äh, Nikos. Wer ist das Spaghetti-Teil ganz links? Das Spaghetti-Teil bin ich. Das ist Niko. Wer ist das magische Wesen in Lila? Äh, das linke magische Wesen. Die zwei. Das ist Eisbär. Äh, äh, den könntest du eventuell dich ein bisschen ändern, dass du so ein bisschen mehr herausstichst. Der deutsche Tourist in China ist ein Krug. Na, schau doch, meine Haare! Ja, aber du stichst trotzdem nicht so gut heraus. So, dat hier bin ich, die drei. Und du kannst zumindest dann deine Arme ändern. Und dann passt es nicht mehr zu meinem Kostüm. Mir doch egal. Sieht doch immer noch gut aus. Das geht doch auch. Ja, das geht doch. So. Also. Äh. Achso, okay. Ah, ich find's auch geil. Ganz kurz. Automod hat bei mir eine Nachricht vom Bot rausgefiltert, weil da Hifo drin steht. Geil. Aber ich hab jetzt einfach nur kurz nochmal die, äh, Standard Map ausgewählt. Easy! Die erste Welt. Ich glaub, ich konnte jetzt nicht sogar gar keiner mehr auswählen, glaub ich. Echt? Ach, weil du wahrscheinlich desto toll noch nie durchgeschrieben bist. Aber ich ziehe quasi grad zum ersten Mal das Spiel das so ansichtbar auf dieser Fallversion. Wir haben jetzt zwei Hautfarben der Leute. Ich hab den Sound tatsächlich auch so leise gemacht, dass ich den Sound selber nicht mehr mehr höre. Ich hab Musik noch nicht angemacht. Scheiße. Warte, ähm. Mach mal nix. Mach mal alle nix. Wir wollen das hier nicht. Wir wollen das hier nicht. Nein, Leute. Nein. 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 Okay, japanisch meinetwegen. Ich hab's mal auf deutsch. Ihr Keks. Wer macht das? Wer macht das? Wer is doing this? Ey lass es doch mal. Lass es doch mal. Lass es doch mal. Nein. Nicht französisch. Nein. Okay, jetzt lass mal bitte auf deutsch jetzt. Lass es doch mal. Okay, mit Englisch bin ich einverstanden. Ich geh mal kurz zurück zum Mail. Englisch können wir gerne machen. Okay, geht einfach zurück. Hört auf zu scrollen, Leute. Okay, wir müssen uns jetzt nicht so geil, dass wir das Trial spielen, weil sonst... Ja. Okay, dann müssen wir das erst machen. Ja, alle wieder bereit machen. Ich hab noch keine Musik an. Doch, diesmal nur sehr leise. Bei der ist doch Musik. Ich hab meine Musik an. Lass mich los. Ich hab auch noch keine Musik im Hintergrund angemacht. Junge! Habt einfach raus. Das ist doch die Musik vom Game, verdammte Kacke. Du brauchst keine Musik. Finde ich auch nicht. Aber ich hab meine Musik selber nicht. Das ist eine Gay-Musik, Mann. Als ob wir schon 10 vor 4 haben. Wow. Wie er da einfach so knapp im Abgrund steht, einfach. Okay. Oh nein. Oh nein, ach ich. Warte. Nimm meine Hand. Okay, warte, ich mach was anders. Nein. Halt dich da fest. Ich bin hier fest. Erst nochmal dieses magische Wesen unter mir. Das ist Eisbär. Das ist Eisbär. Ich bin der erste Mal. Ey. Alles hier im Einzelgang. Warte, links loslassen. Komm rein. Jawohl. Wir sind alle drin. Das ist schon mal gut. Junge, beim ersten Versuch haben wir 3 Minuten nach vorne. Ich hab einfach alle paar Sekunden raus, Mann. Ja, den, weil du einfach schnell nicht mal runtergefallen bist. Ich hör jetzt auch raus, du tappt. Tut mir leid. Warte, das machen wir jetzt alle. Los. Together. Ah. Wir sollen eine Schlange bilden. Ich fange nicht kurz nach vorne. So, haltet ihr euch hier in meiner Hand fest. Nein. Und dann kommt der erste hier hoch. Nommal. Nein, ihr müsst euch beide noch halten. Eisbär und den. Okay. Appisch. Nein, ihr haltet euch nicht richtig. Ich haltet euch noch gar nicht richtig. Warte. Hey, Samma. So, das reicht. Nicht mal richtig Händchen halten könnt ihr hier. Okay, und jetzt. Okay, ich lass jetzt rechts los. Ja. Und das Aufprall, Alter. Dieser Rumble. Lass mich los. Ihr müsst doch alle mitschwenken, dann. Ja. Einfach alle runter. Und jetzt. Nein. Und. Ah. Nein. Crack. Crack, nein. Komm, sieh euch kurz ab. Komm mal. Ey. Crack, warte. Was soll denn das? Komm zu dir. Warte, ich halte richtig Händchen. Komm, komm. Ich hab dich. Ja, auch. Warte, ich hab dich. Jetzt hab ich dich. Komm, wir gehen. Los. Wir gehen immer zum Anfang. Nein. Ist gut. Ich halt fest. Hey, Zinex. Jetzt lass los. Wer ist bei dir? Äh, Leo. Hast du wieder Zinex gesagt? Ja. Zinex. Entschuldigung. Es tut mir leid. Zinex. Okay, das müssen wir auch wieder. Ich fand dich. Nein. Ich hab dich. Warte. So, wer hängt jetzt an mir? Lass mal. Wer? So. Ey. Es hat irgendwie funktioniert, aber ich weiß nicht wie. Warte. Eisbär muss sich nochmal irgendwie richtig an Nico dranhängen. So. Was wird das? Nico, lass deine Rechte mal los. Was ist los? Hab ich. Wir sind Profis. Wir haben's geschafft. Ja. Ich mach mir diesen Haufen hier. Das haben wir. Ich speedrun die Scheiße hier jetzt. Jawoll. Wo? Du hast nicht eins gemeint.